Wir kommen jetzt zum Kern der Sache, dem Trainieren von neuronalen Netzen. Ich richte mich dabei nach einem Artikel von Hummelhardt und Hinden aus dem Jahr 86. Jeffrey Hinden ist immer noch einer der ganz großen Forscher im Bereich neuronale Netze. Und auch später und die Bilder, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, die erstaunlichen Leistungen beim Computer sehen, sind Arbeiten von ihm. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben bestimmt, welche Funktion durch ein Netz mit gegebenen Parameternwerten ausgerechnet wird. Also wir hatten zum Beispiel dieses Netz hier unten. Und diese Parameter W0, W1, W2 bis W8 hatten konkrete Werte. Und dann haben wir uns überlegt, welche Funktion wird dadurch ausgerechnet. Jetzt drehen wir den Spieß um. Wir möchten, dass das Netz eine bestimmte Funktion realisiert, etwa die hier, gegeben durch die Funktionstabelle. Und wir fragen uns, wie müssen wir die Parameter einstellen, damit das Netz diese Funktion berechnet. Und wir möchten das auch noch so machen, dass wir das dem Netz beibringen durch Training. Wir zeigen ihm immer wieder Trainingsbeispiele. Also etwa an der Eingabe 0,0 soll die 1 ausgegeben werden. Und hoffen dann, dass das Netz das lernt. Und das überlegen wir uns nachher. Jetzt, wie sieht etwa die Funktion aus, die hier ausgerechnet wird? Na, da haben wir da oben diesen Knoten mit den Gewichten W0, W1, W2. Der berechnet die Funktion. Ja, wir summieren ja erstmal auf die Eingaben X1 und X2, gewichtet mit W1 und W2. Das stecken wir in unsere Sigmoidfunktion G rein. Analog für den unteren Knoten, für den hier. Und dann multiplizieren wir das mit den Gewichten W7 und W8, fügen noch das Basisgewicht W6 dazu und schicken das wieder in die Sigmoidfunktion raus. Und das ist die Ausgabe. Also, die Aufgabe ist, finde Parameter W0 bis W8, sodass die gegebene Funktion berechnet wird. Man sagt dann, das Netz lernt die Parameter. Ich möchte Ihnen zunächst mal einige Intuitionen geben, wie das gehen könnte. Nehmen wir an, wir haben dieses ganz einfache Netz mit den drei Parametern W0, W1 und W2. Und wir haben auch nur eine Eingabe, ein Trainingsbeispiel, nämlich wir möchten, dass an der Eingabe 0,1 die Ausgabe 0 ist. Ja, im Allgemeinen gibt es viele Trainingsbeispiele. Und nehmen wir auch an, unsere Parameter haben im Augenblick die Werte 0,2, 0,1 und minus 0,2. Was gibt dann das Netz aus, wenn wir einstecken, die Eingabe 0 und 1? Naja, wir müssen einfach, der Basiswert ist 0,2, das ist das W0. Dann kommt das W1 und wird mit 0 multipliziert, denn das ist das X1. Dann kommt der zweite Parameter hier und der wird mit 1 multipliziert, denn das ist das X2. Wenn wir das aufaddieren, ist 0,2 plus 0,1 mal 0, minus 0,2 ist also G von 0, das heißt, dann kommt ein Halb raus. Wir möchten aber, dass 0 rauskommt, das heißt, die Abweichung ist ein Halb. Und was wir machen müssen ist, den Funktionswert etwas verringern. Ja, also wir sollten die Ausgabe an der Stelle 0,1 verringern. Die Sigmoid-Funktion ist ja monoton. Wir sind im Augenblick hier bei der 0. Wir möchten die Ausgabe verringern, von einem Halb näher an 0 rausbringen. Das heißt, wir müssen das Argument verringern. Also das heißt, W0 plus 0 mal W1 plus 1 mal W2. 0, erinnern Sie sich, ist das X1. X2 ist das 1. Das sind feste Werte. Und unsere Parameter, an denen wir drehen können, ist das W0, das ist 1, das ist W2. Und um das Z kleiner zu machen, können wir also das W0 kleiner machen, das W2 etwas kleiner machen. Und das W1 hat keinen Einfluss auf das Z. Es gibt also keinen Grund, das kleiner zu machen oder größer zu machen. Das lassen wir gleich. Und was wir uns jetzt weiter überlegen müssen ist, was heißt etwas verringern. Sollten wir es um 0,1 verringern, um 0,01 verringern? Sollten wir beide um den gleichen Wert verringern? Was sollen wir machen? Und das sehen wir uns auf der nächsten Folie genauer an. Zunächst mal definieren wir, was wir möchten. Nochmal. Also, wir haben Trainingsbeispiele und wenn wir ein Netz haben mit N Eingaben und einem Ausgang, dann ist also jedes Trainingsbeispiel ist ein X mit den Komponenten X1 bis Xn und eine Ausgabe Y. Und wir nehmen an, wir haben mehrere Trainingsbeispiele. Also, das erste Trainingsbeispiele und ich nenne es X oben 1. Warum X oben 1? Nur weil ich die Indizes unten 1 bis unten N schon verwendet habe für die Komponenten von X. Deswegen nehme ich das erste X, das wir haben, X oben 1 und die Ausgabe Y1. Und wir haben Groß N solche Trainingsbeispiele. Bis X Groß N, YN. Ich kürze auch ab mit kleinem W, den Vektor aller Parameter. Also, das war in unserem Beispiel W0 bis W8. Aber wenn wir ein großes Netz haben, kann das viel mehr Parameter sein. Und dann ist das H unten W von X, ist das Ausgabe des Netzes mit dem Parametersatz X bei der Eingabe X gleich X1 bis Xn. Ja, also, wir haben hier unser Netz. Das ist dieser schwarze Kasten. Wir wissen gar nicht so genau, was da drin passiert. Da werden reingefüttert die X1 bis Xn. Da kommt eine Ausgabe raus. Und was wir möchten ist, wir möchten einen Parametersatz finden. Sodass die Hypothesen des Netzes, also die Ausgaben des Netzes, da sagt man auch Hypothesen, des Netzes und die korrekten Ausgaben möglichst gut übereinstimmen. Ja, also das, was uns das Netz ausgibt und was rauskommen soll, das soll möglichst gut übereinstimmen. Und jetzt müssen wir zwar als erstes mal klären, was heißt möglichst gut übereinstimmen. Und wenn wir das geklärt haben, wie trainieren wir das Netz. Also jetzt als erstes, was heißt möglichst gut übereinstimmen. Und wenn wir uns ein bestimmtes Trainingsbeispiel anschauen, XY, dann gibt das Netz diese Ausgabe. Das ist die Ausgabe des Netzes. Und das ist die gewünschte Ausgabe, das Y. Und Y minus H unten W von X ist dann der Fehler. Und wir möchten, dass wir den Fehler immer als eine positive Zahl haben. Also Fehler 0 ist gut, ist perfekt. Und positive Werte sind, je größer der positive Werte, deswegen quadrieren wir es. Warum nicht der Absolutbetrag, könnten wir auch machen. Wir könnten es auch so machen. Das Quadrat wird im Allgemeinen bevorzugt, weil das Quadrat eine differenzierbare Funktion ist. Und der Absolutbetrag ist nicht differenzierbar. Und das macht die Mathematik ein bisschen schwerer. Was ist der Gesamtfehler? Wir machen es uns ganz einfach. Wir summieren einfach auf die Einzelfehler. Also der Gesamtfehler ist die Summe der Einzelfehler über alle Trainingsbeispiele. Also wir summieren von I von 1 bis N über den Fehler an dem Trainingsbeispiel XI, YI. Also wir stecken XI rein. Das Netz liefert uns seinen Wert. Wir vergleichen es mit YI. Wir nehmen die Abweichung ins Quadrat und wir summieren das alles auf. Und beachten Sie, dieser Fehler ist eine Funktion der Parameter W. Daran können wir ja noch drehen, an den Parametern W. Die Trainingsbeispiele X oben I, YI, also unsere N Trainingsbeispiele, das sind fest. Also lassen Sie sich nicht verwirren. X und Y, die wir normalerweise als Variablen ansehen, die sind jetzt feste Werte. Das sind unsere Trainingsbeispiele. Und was wir drehen können, sind diese Parameter Werte. Und Sie können es sich durchaus vorstellen. Sie haben dieses Netz, da sind außen drauf so Dreheinstelldreher für diese Parameter Werte. Und an denen können Sie drehen. Und so was Sie möchten ist, dass Sie einen Parametersatz finden, der den Gesamtfehler minimiert. Nun Minimierung von Funktionen, das ist ein wohlstudiertes Problem. Das haben Sie in der Schule gemacht, in der Vorlesung, also in der Mathematik. Sie haben gemacht, Sie leiten ab, setzen die Ableitung auf 0. Nun hier haben wir es zu tun mit einer Funktion von vielen Variablen. Da kann man das gleiche machen. Man kann die ganzen partiellen Ableitungen nehmen. Und dann haben wir eine gemeinsame Nullstelle, alle diese partiellen Abgleichungen suchen. Das ist aber, wenn man 10 oder schon 20 Variablen hat, kaum mehr machbar. Deswegen benutzt man numerische Methoden. Und das beschreibe ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie, wie diese numerische Methoden aussehen. Also nehmen Sie an, wir haben eine Funktion jetzt erstmal in einer Variablen. Ja, wir haben eine Funktion in einer Variablen W. Und was wir machen möchten, ist das Minimum suchen. Eine Art, das zu machen ist, wir starten irgendwo. Schauen uns dann die Ableitung in diesem Schritt an. Das sagt uns, ob die Funktion wächst, wenn wir nach rechts gehen oder fällt. Hier in diesem Beispiel fällt sie, wenn wir nach links gehen und sie steigt, wenn wir nach rechts gehen. Da wir nach einem Minimum suchen, machen wir einen kleinen Schritt nach links. Sind dann zum Beispiel hier. Machen wieder einen kleinen Schritt nach links. Sind dann vielleicht hier. Machen wieder einen kleinen Schritt nach hier. Und so weiter. Irgendwann sind wir hier. Machen einen kleinen Schritt nach links. Dann sind wir vielleicht hier. Dann sagt uns die Ableitung, wir sind nach rechts gehen, um es kleiner zu machen. Und deswegen muss man einen kleinen Schritt weiter wählen, damit man über so ein Minimum nicht zu weit hinweg geht. Wie sieht das jetzt mit wären Variablen aus? Da zeichne ich auch jetzt mal die Höhenlinien von der Funktion. Also wenn man Funktionen von zwei Variablen jetzt. Nehmen Sie an, hier ist das Minimum. Und das sind jetzt die Höhenlinien von irgendwas, was immer größer wird. Da können Sie auch wieder einen Punkt stellen. Nehmen Sie an, wir sind hier. Und Sie können sich fragen, in welche Richtung geht es am steilsten Bergauf? Das nennt sich Gradient. Gradient. Richtung des steilsten Anstiegs. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind an einem Berg. Dann gibt es Richtungen, da geht es bergab. Dann gibt es Richtungen, da bleibt man auf die gleiche Höhe, wenn man auf der Höhenlinie marschiert. Und dann gibt es irgendeine Richtung, da geht es am steilsten bergauf. Das wäre in meinem Beispiel, ich habe gesagt, hier innen ist das Minimum und nach außen wächst die Funktion. Wäre das also etwa, wenn man in die Richtung marschiert, das wäre der Gradient. Und wir möchten unsere Funktion minimieren, deswegen marschieren wir nicht in Richtung des Gradienten. Da geht es ja bergauf, sondern wir marschieren in die Richtung, in die umgekehrte Richtung. Und dann bestimmen wir wieder den Gradient, das zeigt uns vielleicht in die Richtung, dann bestimmen wir wieder den Gradient und so weiter und marschieren langsam auf das Minimum zu. Was bedeutet das analytisch? Analytisch bedeutet das, also wir wählen uns eine Anfangslösung. Irgendwo. Wir wissen ja am Anfang nicht, wo das Minimum ist, wir fangen irgendwo an. Und wir wählen einen kleinen Schritt weiter. Je kleiner die Schritt weiter, desto länger brauchen wir, bis wir beim Minimum sind, desto genauer treffen wir es aber auch. Also da ist ein Trade-off zwischen Qualität der Lösung, die man am Schluss hat, und Anzahl der Schritte, die man laufen muss. Dann machen wir eine Iteration. Und wir machen eine Iteration, bis sich der Funktionswert kaum mehr ändert. Weil irgendwann sind wir an dem Schritt, wenn wir ganz nah beim Minimum dran sind, dass wir immer über das Minimum drüber springen. Und dann drehen wir wieder um und so weiter und wir springen immer hin und her. Und dann ändert sich aber der Funktionswert kaum mehr. Und so wissen wir, warum wir aufhören müssen. Dann bestimmen wir den Gradienten. Und den Gradienten ist einfach der Vektor der partiellen Ableitungen. Wir haben unsere Funktion e von w. Das ist der Fehler. Wenn wir den Parametersatz w haben und wir bestimmen die Ableitung nach w0, wir bestimmen die Ableitung nach wk. Das sind irgendwelche Zahlen. Und der Vektor aller dieser Zahlen, den nennt man den Gradienten. Das schreibt man so. Also Gradient von e, das ist das Symbol, das nennt sich Nabla im Griechischen. Aber man spricht als ein Gradient von e an der Stelle w. Und was wir machen, wir machen einen kleinen Schritt in Richtung des negativen Gradienten. Einen kleinen Schritt. Das heißt, unser nächster Wert für das w ist der alte Wert für das w. Und davon ziehen wir ab, den Gradienten, multipliziert mit der Schritt weiter. Und so iterieren wir. Berechnen wir immer den neuen Wert aus dem alten Wert. Was bedeutet das konkret für unser Beispiel? Konkret für unser Beispiel bedeutet das das folgende. Wir initialisieren die Parameter mit kleinen Werten. Und die wählen wir am besten zufällig. Warum zufällig? Weil wir keine Symmetrie haben will. Wenn man Symmetrie hat in den Parameterwerten, konvergiert das nicht immer. Und solange wir nicht zufrieden sind, das heißt der Gesamtfehler ist zu groß. Erinnern Sie mir nochmal, was der Gesamtfehler war. Das war das hier. Wir summieren über die ganzen Trainingsbeispiele. Ausgabe des Netzes. Beim augenblicklichen Parametersatz. Das ist die gewünschte Ausgabe. Wir summieren die Quadrate aller Fehler auf. Das ist uns der Fehler beim augenblicklichen Parametersatz. Dann machen wir einen kleinen Schritt in Richtung des negativen Gradienten. Das heißt, falls W der augenblickliche Wert des Parametersatzes ist, dann sind die neuen Werte der I.T.E. Parameter, ist der alte Parameter, minus einen kleinen Schritt, mal die partielle Ableitung von dem Fehler nach dem I.T.E. Parameter. Oder in Vektor-Schreibweise ist es das hier. Naja, jetzt brauchen wir nur noch diese partiellen Ableitungen. Das zeige ich Ihnen nicht hier in der Vorlesung. Aber in der Übung bitte ich Sie, die partiellen Ableitungen auszurechnen. Das ist erstaunlich einfach. Das ist einfach eine Anwendung der Kettenregel. Also es gibt einen relativ einfachen Algorithmus, um all diese partiellen Ableitungen zu bestimmen, auch bei einem sehr, sehr großen Netz. Das sehen wir uns in den Übungen an. Und jetzt auf den nächsten Folien sehen wir unser erstes Beispiel von einem neuronalen Netz, das lernt. Das ist das Beispiel aus diesem Artikel von Rummelhardt und Hinten, aus dem Jahr 86. Das ist das Beispiel aus dem Jahr 80.